Hallo zusammen. Ich habe hier ein Speise-Eis-Fahrrad. Oder auf gut Deutsch ein Glasse-Velo. Und da hinten steht ein mobiler Kühlcontainer, mobile Kälte. Und wir schauen jetzt das Glasse-Velo an. Wir haben hier den Deckel. Ich hänge den aus. Und darunter befindet sich eine 12 Volt Kühlmaschine. Und das Ding ist schon ein paar Jahre alt. Das Teil ist jetzt von 2010. Also das Ding ist 12 Jahre im Betrieb und aus irgendeinem Grund läuft es nicht. Ja, das ist das, was wir sonst noch machen. Speise-Eis-Fahrräder oder Glasse-Velo. Hier hat nur eine Reparatur. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag. All das Kühlschrankarchiff Und dann steht das Heitagssammitz train. Untertitel